mit dem Bau muss der letzte Ordnung vierer Zeit warum warum hast du darunter vorhin nicht am Rand über vier aus Leiter stört haupt Er springt nicht, ich krieg zu viel. Das gibt's doch nicht. Der erste Führer ist an der Schiedsrichtung. Ja, weil du einen Doppelsprung machen kannst. Was? Ohne Doppel geht's. Alles ohne Doppel. Das ist einfach cool. Das gibt's doch nicht. Ohne Doppel. Sehr gut. Sehr gut. Und soviel dazu, ich werde dich vor dir fertig. Achtgespruchs auf 100. Das gibt's doch nie. Ich springe im letzten Moment, es geht nicht. Scheiß, Mann. Scheiß, Mann. Das kann's gar nicht sein. Es ist nicht möglich. Ich kann nicht später abspringen. Das geht nicht. weiter runter. 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 Jesus. Christus. Oh, das war nicht machbar. Das Traurige ist, es ist machbar. Ich weiß. Das ging mir mit dem Vierer genauso. Da hat es generell verdient, weil er sich nicht hochzieht. Ja, weil du einfach, entweder drehst du dich nicht genug oder du drückst nicht dagegen. Du hast, du rennst, ähm, mit zu viel Schwung rein und kannst es nicht mal dagegen drücken. Entweder du drehst dich viel mehr oder du drückst mit, bei deiner Leiter ist das A. A dagegen. Oh, fuck ich, du. So alle Blinden ist. Na ja, ist was. Nett. Oh ne, das ist ja das mit fucking Feuer. Ja, Nico, das hast du super gemacht. Warum ich wieder? Aber wie würde ich dir auf den gleichen springen lassen? Alter, Alter, Alter. Oh, knapp. Ich brenne das Mal aus, ja. Ich soll aufhören zu brennen, ey. Loll. Oh, ich war ja noch vor dem Abrunderfall. Ups, da. Das finde ich wieder lustig, so was. Was? So was mit Blindness und so. Ja, das hier ist ja, wenn du ganz genau hinkuckst, du kannst ihn drauf vom Feuer sehen. Ja. Ich kondensiere mich ja drauf, dass ich das sehe. Was mir wieder auf den Nerf geht, ist Synthesator Sprenger. Na, hol du. Oh, nee, die kannst du nicht leben. Nicht wie die mal welche geben. Und ich fäll schon wieder runter. Soll der in der Mitte frei? Ich glaube, heute werde ich nicht alt. Heißt, ich bleib nicht lang. So. So, wo findet der? Und der hat dies geschafft. Er ist ja ein Biest. Okay, das ist dieses frei. So. Ich würde bis mal aufs Augenwinkel gucken. Was ich dann mache, ist die Challenge ohne Blindness zeigen. Ist es normal, dass man noch Regeneration hat? Ja. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das kann ich nicht vorgesehen. Das heißt, man kann eigentlich schon endlich ein Feuerstimm bleiben theoretisch. Aber es fängt irgendwann ab. Ja, man soll auch damit nicht sterben. Ich hab's gemacht. Die fand ich jetzt voll easy. Ich wollte auf die Nächste. So ziemlich die Schwester. Ausbrennen. Und die ist... Na, na. Komm, das ist gut. Ich weiß, dass ich es schaff. Geh weg, doch mal. Was ist denn? Was ist denn nochmal du? Halt, stopp. Ganz böses Zeug. Geil, da, da, da hier so. Schickes, schickes Teile. So. Hab mich aus... Ach, ja. Da war ja die böse Hand. Ich gebe dir die böse Lava Hand. Da, sie hat mich geholt. Die Lava Hand wird dich auch holen. Die Lava Hand? Die böse Hand, die dich in die Lava zieht. Da haben wir schon früher Scheiße gemacht. Können Sie mal, ich anfangen, Scheiße. Sie holt mich mal in der Lava. Hä, ich verstehe es denn was für eine Lava Hand, ganz im Ernst. Ja, das ist ein Insider. Den verstehen nur ich und Andi gerade. Lol, hä? Nein. Nein, das ist jetzt recht, sehr wichtig. Das gibt's doch nicht. Da, da war die Hand. Ich sag doch, die Lava Hand holt dich. Okay, der Sprung ist kein Problem. Erstmal den Platz vom Team hängen. Hast du das geschaut? Nein. Da wäre schon Game Out. Nein, nein, die Sterne ist nicht. Oh, jo, ho, jo. Hallo, Andi. Also, du hast es schon geschafft, ne? Na, nein. Krass. Oh, ja, hab's geschafft. Oh, ja. Ja, schlägt mal du. Ich gucke auf den Daimern. Okay. Schlägt mal du. Das gibt's doch nie. Ich, 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 ich kann wieder rumfliegen. Voll. Da, die Hand hat dich geholt. Was ist denn, Alter? Sie zieht dich in die Lava. Oh. Ähm. Böse Fehlermeldung. Warum? Weil der PC scheiße ist. Oh. Da können wir uns tauschen, ne? Fuck Jesus. Nichts so, ey. Nein, das ist die Hand. Ja. Nein, das sind die Funken. Das ist die Hand. Oh, meine Frisse. Ja. Das ist jetzt auch nicht, ey. Ich schaffe einfach den scheiß Sprung nicht. Ei. Das ist fast verkackt, weil ich hier falsch haben, und bin gleich weitergesprungen. Weitergesprungen? Hm, dass er nicht umbringen kann. Übrigens, was keiner, was keinem auffällt. Hier drüben ist auch ne Leiter. Ja, ich weiß. Hey, da bin ich meist nicht auffällig. Ich bin immer nach rechts hier. Ja. Alles rechts hier. Ja, guck. Wenn du hier stehst, ist auch ne Leiter. Ja, da wollte ich zuerst hin. Ich nehm dich auch seit, diese Leiter. Da wollte ich zuerst hin. Dann hab ich es nicht geschafft, da bin ich heute noch rechts. Ich nicht. Die rechte Seite mag mich mehr. Links, die ist so böse. Meinst du? Ich kenne das nicht mehr du. Ne. Ach, komm, schau, schau, schau. Schau, schau. Was heißt auch? Auf. So, ich hab bestimmt, ich find die Schau. Komm mal, der Sprung wäre leicht gewesen. Der Sprung wäre leicht gewesen. Der Sprung wäre leicht gewesen. Andy, komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Als müsste ich wieder zurücklaufen. Der wäre leicht. Komm her, komm. Leiter, der war scheiße schwer. Du magst mich doch. Der jetzt, der vor dem hier, wo du da drauf ist, böse. Guck mal, 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 guck, 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 guck. Magen, mal, mal, guck, 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 guck. Da drauf, der ist böse. Der ist böse. Da auf den Stein auf. Auf dem Block. Von da ganz da hinten, da, weißt du, da, da, hinten, da, so. Mann. Ja, du bist mir ein Mensch geworden. Weißt du, von dem, da drauf. Ja, Mann. Von da hinten. Werf, werf. Der da, oder was? Nein. Die da oben an der Wand. Spring mal weiter ein bisschen. So, wenn war der? Von dem da. Das ist doch üssig. Mach. Und? Mach das mal ohne Doppelsprung. So leist hin. Ja, okay, gut, so ungefähr. Mann. Ah. Tja. Sehr viel dazu. Baut ein richtiges Timing. Mach's mal ohne Doppelsprung. Warum soll es ohne Doppelsprung machen? So hab ich's geschafft. Muss mal sehen. Mann. Ach, mach die zweite. Also, mach sie schon weiter. Ja. Ich folg dir unauffällig. Beim bald zweiter Versuch. Ich folg dir unauffällig. Was ist das hier? Ein Stage. Was denn sonst? Okay, man darf nicht springen. Das ist schon mal scheiße. Das ist ein Doppelsprung. Das ist ein Doppelsprung. Das ist ein Doppelsprung. Nee. Nee. Was passiert denn das für eine Jump? Mäpp? Dass es keine Sprung gibt. Gell. Ach, die Spinnenweben sind aber mehr als unnötig. Das soll nerven. Ja. Gut so. Das soll nerven sogar der Mäpperbauer. Hä? So. Oh nee, der ist so scheiße schwer. Zum Andi. Oh jo. Ah. Ja, ich weiß. das soll das noch in ein Fram, in eine Wochenbauer, muss doch so. Ah, das gibt so. Den Sprung zu schwimmen. Ja. Mäpp. Ja. So say I hate you. B. 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 Ich hätte das Eis weg lassen sollen. Ja, Andi, stell dir das mal vor. Du fährst 5 Stunden mit dem Auto, du hast eine Anhängerkupplung und der Parksensor von dir, der piept die ganze Zeit. Das geht ja. Dann hast du ja irgendwann eine Störung davon. Ja, bei dem Sprung gab es irgendeinen Trick. Einen Trick, den ich nicht oft hab.